In diesem Video werde ich euch nicht nur zeigen, wie man einen guten Fiverr-Gig erstellen kann, der sich auch wirklich sehr, sehr häufig verkauft, sondern auch, was es dabei zu beachten gibt. Ich würde sagen, wir springen einmal direkt rüber zu Fiverr und legen dann auch schon direkt los mit diesem Video. Also gut, auf Fiverr angekommen, geht ihr, um einen Gig zu erstellen. Einmal oben rechts auf euer Konto, dann geht ihr einmal auf Profil und wenn ihr jetzt schon einen Seller-Account habt, dann könnt ihr hier auch einen Gig erstellen. Habt ihr noch keinen Seller-Account, dann müsst ihr den natürlich erst mal erstellen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Gut, auf jeden Fall gehe ich jetzt hier einmal auf Create a new Gig einmal drauf und dann kann es auch schon direkt losgehen. Und zwar muss ich jetzt hier erst mal einen Titel festlegen. Und bei dem Titel lege ich jetzt natürlich nicht irgendeinen Titel fest, ohne jetzt irgendwie ein bisschen Research gemacht zu haben, welche Keyboards denn wirklich relevant sind. Nur mal so als kleines Beispiel, wir möchten jetzt einen Gig erstellen zu dem Thema Business Logo. Das heißt, ich muss jetzt natürlich herausfinden, was die Leute auf Fiverr suchen, um mit diesem Gig auch gut zu ranken. Wie kann ich das Ganze tun? Ganz einfach, ich gehe einmal hier auf die Startseite von Fiverr drauf und jetzt kann ich einfach hier oben bei der Suche ganz einfach mal zum Beispiel Business Logo eintragen. Und wie ihr seht, kommen jetzt hier auch schon die meistgesuchten Suchvorschläge raus. Das heißt, die meisten Leute suchen nach Business Logo, die zweitmeisten nach Business Logo Design und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich ganz einfach mal schauen, dass ich hier ein paar Keyboards in meinen Titel mit einbringe. Das heißt, was könnte man jetzt hier zum Beispiel machen? Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, gut, hier zum Beispiel Modern Business Logo Design. Diese vier Wörter würde ich doch gerade einmal in meinen Titel mit einbringen. Das heißt, ich könnte jetzt hier folgendermaßen loslegen. I will design Modern Business Logo. Das wäre doch schon mal ein ganz guter Titel. Hier habe ich direkt vier gute Keywords drinnen und kein Wort zwischendrin, was zum Beispiel nicht so relevant ist wie zum Beispiel ein End, was natürlich keiner sucht. Aber ich meine, gut, wenn es sich wirklich anbietet, dann könnt ihr das natürlich auch mit einbauen. Ich würde jetzt aber nochmal einen Schritt weiter gehen und hier noch ein Keyword mit einbringen und zwar Minimalist. Das haben wir jetzt zwar nicht gefunden, aber das weiß ich einfach aus Erfahrung, dass danach viele Leute suchen und allgemein umschreibt das das Wort Business Logo nochmal ein kleines bisschen besser. Deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, selber ein bisschen Ahnung zu haben, was man da wirklich macht, damit man auch ein bisschen weiß, was die Leute eigentlich brauchen bzw. suchen, um einen guten Titel zu erstellen. Gut, auf jeden Fall, jetzt haben wir schon mal den Titel festgelegt, was schon mal gut ist. Also den Titel würde ich jetzt auch nicht allzu lang machen, weil wenn wir das Ganze tun, zeigt uns auch Fiverr hier an. Hier unten links looks good, however shorter titles sell better. Das empfiehlt uns Fiverr nicht und deswegen würde ich euch das auch nicht unbedingt empfehlen. Gut, dann machen wir doch mal direkt weiter mit der Kategorie und da muss ich jetzt natürlich auch eine richtige Kategorie angeben, damit mein Gig auch wirklich richtig kategorisiert wird. Und wenn ihr jetzt wirklich mal nicht wisst, in welche Kategorie ihr euer Gig reinpacken könnt, dann schaut doch ganz einfach mal bei anderen Leuten. Zum Beispiel könnte ich jetzt einfach mal hier nach Business Logo einmal suchen und dann ganz einfach mal hier auf ein Angebot draufklicken und wie ihr seht, hat derjenige hier das Ganze unter Graphic Design und Logo Design kategorisiert. Das können wir doch auch gerade mal tun, indem wir einmal rüber gehen. Dann wählen wir hier einmal Graphic und Design aus und direkt daneben dann dementsprechend Logo Design. So und wenn ihr das dann soweit getan habt, dann kommt auch schon die nächste Frage und zwar Gig Metadata. Also in meinem Fall ist das jetzt so für diese Kategorie, dass ich hier folgende Metadaten angeben muss. Natürlich kommt das ganz darauf an, in welcher Kategorie ihr euch befindet. Da müsst ihr natürlich hier auch andere Metadaten angeben. Die Metadaten sind allgemein dafür, damit ihr euer Gig etwas mehr spezifizieren könnt. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel entscheiden, was für Arten von Logos sind das denn? Sind das irgendwelche Cartoon Logos? Sind das minimalistische Business Logos? Nur mal so als kleine Erklärung, was eigentlich ein minimalistisches Logo ist, gebe ich das gerade mal hier ein, damit ihr auch wisst, von was ich rede. Und zwar sind das ganz einfach, wie ihr sehen könnt, hier so ganz einfach minimalistische Logos. Und dementsprechend muss ich dann natürlich hier das Ganze danach kategorisieren. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, gut, was passt zu dem Style? Da wähle ich natürlich hier minimalist aus. Und bei dem Logotype, wenn ich da einmal reingehe, muss ich jetzt entscheiden, gut, in welche Richtung möchte ich da gehen? Möchte ich hier zum Beispiel eine Wortmarke machen? Das könnte ich zum Beispiel einmal anhaken. Soll es ein Monogramm werden? Das könnte ich zum Beispiel auch anhaken. Vielleicht auch hier Pictorial? Das könnte ich auch anhaken. Und somit habe ich jetzt drei von drei. Also ihr müsst hier nicht unbedingt drei angeben. Das sollte auch theoretisch mit einem Punkt reichen. Dann hier bei dem Fileformat. Das sind ganz einfach die Formate, die ich den Leuten anbiete. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja gut, ich erstelle mein Logo in dem Format JPEG. Dann noch PNG zum Beispiel mit einem transparenten Hintergrund dementsprechend. Vielleicht auch noch eine Photoshop-Datei zum Bearbeiten. Also in dem Fall eine PSD-Datei. Und zwei Vektordateien EPS und SVG. Hier könnte ich auch theoretisch hergehen und auch noch Order ankreuzen. Und dementsprechend hier ein anderes Format festlegen. Je nachdem, wie viele Formate ihr anbietet, könnt ihr das dementsprechend hier ankreuzen. Ich sage es mal so, umso mehr, umso besser natürlich, weil es gibt natürlich den ein oder anderen Kunden, der dann zum Beispiel das Logo als PDF-Datei braucht oder als AI-Datei, damit er das zum Beispiel in Adobe Illustrator bearbeiten kann. Weil es kann natürlich sein, dass derjenige keinen Photoshop hat und dementsprechend hier mit der PSD-Datei von Photoshop nichts anfangen kann. Was hier so in den meisten Fällen ist, also gerade bei Logos, solltet ihr auf jeden Fall schon die AI-Datei mitliefern, damit die das auch noch nachträglich bearbeiten können. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, je nachdem, was für eine Kategorie ihr hier oben gewählt habt. Gut, habt ihr das dann hier soweit festgelegt? Dann kommen wir auch schon zu den Tags und bei den Tags ist es natürlich auch wieder ganz, ganz wichtig, dass ihr hier nicht irgendetwas aus eurem Kopf rausschreibt, was ihr denkt, was die Leute suchen, sondern dass ihr euch wieder über die Fiverr-Suche ein bisschen orientiert. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal hier wieder rüber gehen zu Fiverr und ganz einfach mal nach Business Logo einmal suchen und dann hier schauen, was kommt denn hier raus. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, okay, Business Logo wäre doch schon mal ein guter Tag. Das heißt, ich trage jetzt hier einfach mal Business Logo ein, drücke einmal die Eingabetaste und jetzt kann ich auch schon direkt weitermachen mit dem nächsten Keyword. Wichtig hierbei ist natürlich, dass ihr auch die Rechtschreibung kontrolliert, genauso wie bei dem Titel. Also am besten nochmal drüber schauen, damit ihr auch wirklich alles richtig geschrieben habt. Nun, jetzt könnte ich weitermachen und zum Beispiel jetzt einfach mal hier statt nach Business Logo doch ganz einfach mal nach Logo suchen und schauen, was kommt denn mir da raus. Und da kann ich doch sehen, okay, Logo Design würde natürlich auch hier zu meinem Gig passen, was ich erstellen möchte. Deswegen gebe ich jetzt hier Logo Design ein. Kleiner Tipp hierbei noch am Rande von mir und zwar könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen effizienter gestalten. Wenn ihr hier zum Beispiel nach Business Logo sucht, dann könnt ihr auch noch so ein bisschen die Konkurrenz vergleichen. Ihr seht hier bei dem Suchbegriff Business Logo gibt es 48.533 Angebote. Wenn ich jetzt aber wiederum das Wort Logo Design suche, sollte klar sein, dann gibt es da natürlich deutlich, deutlich mehr Angebote, weil das Wort Logo Design hier natürlich viel, viel mehr breit gefächert ist. Das heißt, ich würde halt wirklich schauen, dass ich so spezifisch wie nur möglich das Ganze anstelle. Das heißt, anstatt jetzt in den Titel ganz einfach I will create a Logo Design reinzuschreiben, würde ich doch ein bisschen spezifischer gehen und ganz einfach reinschreiben, dass ich hier ein Business Logo erstelle oder ein minimalistisches Logo. Nur mal so als Beispiel. Durch diese Technik werdet ihr auf jeden Fall am Anfang deutlich, deutlich mehr gefunden. Gut, jetzt kann ich doch gerade mal weitergehen. Hierbei ist natürlich wichtig, dass ihr natürlich auch alle fünf Tags verwendet, damit ihr auch wirklich ein gutes Suchvolumen habt. Machen wir doch direkt mal weiter. Logo Design und schauen einfach mal, was hier noch rauskommt. Genau hier ist zum Beispiel Logo Design Minimalist. Logo Design Minimalist. Eingabetaste. So, dann gehe ich gerade noch mal rüber. Und jetzt kann ich zum Beispiel wieder nach Business Logo suchen. Einfach mal schauen, was die Leute so suchen. Wie zum Beispiel hier unten Modern Business Logo Design. Das können wir doch auch noch aufnehmen. Also Modern Business Logo Design. Eingabetaste zum Bestätigen. Und ein Keyword können wir jetzt hier noch reinbringen. Da würde ich jetzt einfach mal zum Beispiel hier Highly Business Logo noch eintragen. Solange das passt, ist ja soweit alles gut. Das heißt Highly Business Logo. Eingabetaste zum Bestätigen. Und somit habe ich auch schon alle fünf Tags festgelegt. Anschließend müsst ihr einmal das Ganze hier unten akzeptieren. Und dann einmal auf Save and Continue gehen. So, das hat jetzt hier nicht funktioniert, weil ich jetzt hier einen Tag verwendet habe, das mehr als 20 Zeichen hat. Das heißt, hier müsst ihr mit den Tags auch wirklich aufpassen, dass diese nicht zu lang werden. Das wird wahrscheinlich hier dieser Tag gewesen sein. Modern Business Logo Design. Das ist hier ein bisschen zu lang. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, wir streichen jetzt einfach mal das Design hinten und nehmen einfach mal Modern Business Logo. So, das können wir doch machen. Nehmen wir einfach mal Modern Business Logo. Eingabetaste zum Bestätigen. Save and Continue. Gut, das klappt jetzt noch immer nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier noch einen langen Tag einmal rausnehmen und dementsprechend einfach mal schauen, was hier noch relevant ist. Wie zum Beispiel Create Logo Design. Das kann ich einmal auch mit reinnehmen. So, und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Jetzt hat es doch geklappt und dann kann es auch schon direkt weitergehen mit den Angeboten. Und bei den Angeboten würde ich euch allgemein empfehlen, bietet hier wirklich alle drei Pakete an. Ihr könnt hier auch theoretisch, wenn ihr bei Offer Packages den Punkt ausschaltet, auch nur ein einziges Paket anbieten. Aber ich sage euch ehrlich, das sieht Fiverr nicht so gerne und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn nicht wirklich ein kompletter Ausnahmefall auf euch zutrifft, dass ihr wirklich alle drei Pakete anbietet. Was natürlich auch für eure Kunden besser ist am Ende des Tages, weil die dann so gesehen eine größere Auswahl haben. Gut, fangen wir doch direkt mal an. Und zwar hier der erste Punkt ist der Name von eurem Paket. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz einfach eure verschiedenen Angebote benennen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen, was viele auf Fiverr machen, das erste Paket einfach mal Bronze nennen. So, dann das zweite Paket kann ich jetzt Silver nennen und das dritte Paket zum Beispiel Gold. Und bei dem nächsten Schritt muss ich mir jetzt überlegen, was möchte ich jetzt hier für diese Pakete anbieten. Da kann ich dann beim ersten Paket zum Beispiel sagen, One Text Logo in JPEG and PNG. Punkt. Und bei dem zweiten Paket könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, One Logo in JPEG and PNG. Das wäre dann so gesehen nicht nur ein ganz normales Text Logo aus einem Buchstaben beziehungsweise Text, sondern etwas anspruchsvolleres, wo dann zum Beispiel ein Logo drauf ist. So, und bei dem Gold Paket, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, Okay, da bekommt derjenige ein Logo, nicht nur in PNG und JPEG, sondern auch zum Beispiel in den Vector-Formaten. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch SVG und zum Beispiel EPS mit reinnehmen oder auch zum Beispiel das AI-Format oder wie auch immer. Und dadurch kann man sich so verschiedene Pakete zusammenbauen, die natürlich auch unterschiedlich teuer für den Kunden werden. Habt ihr euch das dann soweit überlegt, können wir auch schon direkt weitermachen mit der Deliver Time. Und da müsst ihr euch natürlich überlegen, wie lange braucht ihr, bis ihr dieses Logo fertig bekommt. Bitte macht das aber nicht zu knapp, weil das Problem ist, wenn ihr über diese Deliver Time drüber hinaus schießt, dann sieht das Fiverr sehr, sehr stark negativ. Und das wollt ihr natürlich nicht haben. Deswegen wählt ihr lieber ein bisschen mehr aus als viel zu wenig, dass es dann am Ende des Tages viel zu knapp wird. Ich würde jetzt einfach mal hier bei diesen drei Paketen das gleiche Datum auswählen, weil von dem Arbeitsaufwand unterscheiden die sich nicht wirklich stark, würde ich sagen. Also ich meine, gut, ein normales Logo zu erstellen, ist schon ein bisschen aufwendiger als jetzt hier ein ganz normales Textlogo. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, könnte man schon einen Tag länger das Ganze machen. Ist aber auch so eine Sache für den Kunden dann, wenn ihr seht, okay, das dauert vielleicht ein bisschen zu lange, dass er sich dann vielleicht doch jemand anderen sucht. Ich würde jetzt einfach mal hier sagen, zum Beispiel zwei Tage und bei dem normalen Logo-Design würde ich jetzt einfach mal drei Tage reinschreiben. Bei dem anderen direkt daneben würde ich jetzt auch drei Tage wählen, daher, dass kein Riesenaufwand ist, diese Vektordateien zu erstellen. Habt ihr das soweit getan, dann kommen wir auch schon zu den Revisions und die Revisionen sind ganz einfach dafür da, dass ihr da festlegen könnt, wie oft der Kunde Änderungen vornehmen darf. Das heißt, wenn ihr einmal das Logo erstellt und dem Kunden zuschickt, dann kann er zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine 2 eintrage, zwei Änderungen anfordern. Und hier würde ich euch empfehlen, allgemein immer ein bisschen weiter nach oben zu gehen. Das heißt, hier bei dem Bronze-Paket gehe ich jetzt einfach mal auf 2, bei dem Silver-Paket würde ich jetzt einfach mal 3 auswählen und bei dem Gold-Paket zum Beispiel 4. Ganz einfach aus dem Grund, damit natürlich von Stufe zu Stufe das Angebot attraktiver wirkt. Dann direkt darunter das Konzept und das ist ganz einfach so gemeint, dass ihr dann zum Beispiel zwei unterschiedliche Konzepte von einem Logo erstellt und der Kunde sich dann dementsprechend für eins entscheiden kann. Da könnte ich jetzt auch zum Beispiel hergehen und sagen, gut, hier bei dem Bronze-Paket, da stelle ich nur ein einziges Konzept, also so gesehen ein einziges Logo, was der Kunde dann auch dementsprechend noch abändern kann, aber er kann kein anderes haben. Dann bei dem anderen würde ich jetzt auch vielleicht mal 1 auswählen und bei dem Gold-Paket würde ich dann dementsprechend zwei Konzepte auswählen. So und wenn ihr das dann hier soweit fertig habt, dann kommen wir jetzt hier zu den Sachen, was die Kunden erhalten und hier ist es natürlich auch wieder so, dass es von Dienstleistung zu Dienstleistung unterschiedlich ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Intro erstellen möchtet, dann habt ihr hier natürlich ganz, ganz andere Sachen, als ich jetzt zum Beispiel. Trotz dessen werde ich euch gerade mal zeigen, wie das Ganze gemeint ist und zwar müsst ihr ganz einfach hier ankreuzen, was in diesen Paketen vorhanden ist. So haben wir jetzt hier schon gesagt, wir erstellen hier ein Text-Logo in JPEG und PNG. Das bedeutet hier bei Logo Transparency ist das Ganze ja PNG mit einem transparenten Hintergrund. Deswegen setze ich hier einmal den Haken. Vektor-File haben wir jetzt hier nicht, das haben wir nur bei dem Gold-Paket. Deswegen setze ich hier einen Haken. Das wäre dann hier dementsprechend das SVG- und EPS-Format. Dann das nächste Printable-File. Da kann man jetzt überlegen, bei welchem Paket möchte man das Ganze jetzt hinzufügen, damit dieses Logo zum Beispiel auch druckbar ist. Also dann dementsprechend in 300 dpi. Und da könnte ich jetzt sagen, ja gut, machen wir das vielleicht mal bei dem zweiten Paket und bei dem dritten Paket. Das heißt, bei dem ersten Paket wäre das Logo dann nur für den digitalen Gebrauch. Dann hätten wir jetzt auch noch einen 3D-Mockup. Wenn ihr sowas anbieten möchtet, könntet ihr das eventuell auch noch hinzufügen. Ein Mockup ist ganz einfach so ein kleines Vorschaubild. Und wenn ihr mal nicht wisst, was diese Punkte eigentlich bedeuten, dann geht einfach mal drauf und kopiert euch einfach mal hier den Text, der auf der rechten Seite erscheint, und fügt diesen zum Beispiel in einen Übersetzer ein. Dann könnt ihr hier ganz einfach euch übersetzen lassen, was das Ganze hier eigentlich bedeutet. Das nur mal so kurz am Rande als kleinen Tipp. Springen wir gerade einmal rüber, sonst haben wir jetzt hier keine weiteren Sachen, die wir hier unbedingt anbieten möchten. Deswegen würde ich die unteren 4 jetzt einfach mal weglassen. Und dann kommen wir auch schon zu dem Preis, den wir hier festlegen können. Und da würde ich jetzt nicht irgendeinen Preis festlegen, sondern ich würde mich ein bisschen an der Konkurrenz orientieren. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal rüber, suche hier ganz einfach zum Beispiel nach einem Business-Logo und schau doch einfach mal, für welchen Preis die anderen Leute das Ganze anbieten. Und ich persönlich würde das so machen, gerade wenn ich am Anfang stehe und mein Gig noch keine Verkäufe hat, dass ich mit dem Preis ein bisschen weiter runtergehe, beziehungsweise mich so ungefähr in der Mitte einrichte. Das heißt, ich sehe jetzt hier zum Beispiel, okay, 43 Euro, 19 Euro, hier nochmal 19 Euro, dann hier unten haben wir ungefähr 25 Euro, 48 Euro, fast 100 Euro. Also, dann würde ich doch einfach mal sagen, ist doch ein ganz guter Preis für den Anfang, was auch attraktiv für den Kunden ist, 20 oder 25 Euro. Also ungefähr so würde ich mich jetzt einfach mal einpendeln. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier rüber und schreibe hier dementsprechend 20 rein. So, und dann bei dem anderen könnte ich mir jetzt einfach mal überlegen, was könnte ich denn da für einen Preis festlegen. Da würde ich jetzt einfach mal zum Beispiel 5 oder 10 Euro weiter nach oben gehen, weil hier natürlich ein Logo etwas anspruchsvoller ist als ein ganz normales Textlogo. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier auf 30 Dollar und bei dem letzten, da würde ich dann natürlich auch wieder ein kleines bisschen weiter nach oben gehen, weil dieses Gig natürlich auch mehr Vorteile bietet. Und zwar würde ich da jetzt einfach auch mal wieder um 10 Dollar weiter nach oben gehen. Dementsprechend wären das dann hier 40 Dollar. Gut, habt ihr das dann soweit auch festgelegt, dann könnt ihr hier noch ein paar extra Services hinzufügen. Was bedeutet das? Zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt sagt, ich brauche mein Logo schnell, dann könnt ihr jetzt hier ein Service hinzufügen, damit ihr das Ganze zum Beispiel einen Tag schneller erstellen lassen könnt. Nur mal so als kleines Beispiel. Ihr habt jetzt hier eure drei Pakete. Einmal Basic, Standard und Premium, was man dementsprechend hier oben ganz einfach ablesen kann. Und für jedes Paket könnt ihr dann hier dementsprechend extra Fast Delivery einstellen, was ganz einfach bedeutet, wie ich das gerade eben erklärt habe, dass ihr das Ganze für das Basispaket zum Beispiel einen Tag früher anbietet. Heißt, ich erstelle das Logo dann innerhalb von einem Tag, anstatt wie ich jetzt hier oben eingetragen habe, für zwei Tage. So, und das kann ich natürlich auch bei dem Standardpaket machen, dass ich dann sage, okay, statt drei Tage dauert das Ganze nur zwei Tage, also einen Tag weniger. Und bei dem Premium Paket machen wir das doch auch gerade mal. Das wären dann auch hier drei Tage. Das heißt, ich gehe hier runter auf zwei und schreibe hier rechts daneben den Preis rein, den ich für diesen Extra Service verlange. Wie zum Beispiel könnte ich jetzt einfach mal hier fünf Dollar festlegen. Das kann ich jetzt natürlich auch noch für die ganzen anderen Sachen hier machen, die wir vorhin schon angesprochen haben, wie zum Beispiel hier das 3D-Mockup. Möchte ein Kunde von mir auch noch ein zusätzliches 3D-Mockup zu einem dieser Pakete haben, kann ich das hier natürlich auch noch anhaken und hier dementsprechend einen Preis dafür festlegen, wie zum Beispiel, ja, 10 oder 15 Dollar. Und direkt daneben lege ich dann fest, wie lange das dann dementsprechend länger dauert. Das heißt, wenn ein Kunde auch noch ein 3D-Mockup möchte, dann dauert das Ganze hier zum Beispiel einen Tag länger. Gehen wir mal davon aus, dass ein Kunde hier zum Beispiel das Basic-Paket kauft, das allgemein schon zwei Tage dauert und diesen 3D-Mockup-Service auch noch haben möchte, dann dauert das Ganze nicht zwei Tage, sondern natürlich drei Tage. Und genau so könnt ihr das auch für die anderen Services einrichten. Also ich persönlich würde euch empfehlen, legt diese auf jeden Fall an, weil Fiverr sieht das sehr, sehr positiv, wenn ihr hier Services anbietet. Und natürlich tut das am Ende des Tages eurer Brieftasche auf jeden Fall auch noch gut. Ihr könnt hier natürlich auch noch eigene Services erstellen. Also wenn euch irgendwelche anderen coolen Extras einfallen, geht ihr einfach mal hier auf Add Gig Extra und könnt somit hier dementsprechend einen Titel für das Extra festlegen, dann eine Beschreibung, wie viel das Ganze kosten soll und wie lange das Ganze hier länger dauert. Gut, habt ihr das dann hier soweit alles festgelegt, dann können wir auch schon direkt weitermachen, indem wir hier einmal auf Save and Continue gehen und machen direkt weiter mit der nächsten Seite. Der wichtige Bestandteil der Seite Nummer 3 ist die Beschreibung und bei der Beschreibung sollt ihr natürlich auf jeden Fall euch erstens Zeit lassen und zum Zweiten natürlich auch sehr, sehr viele relevante Keywords mit einbauen. Das mit der Keyword-Recherche können wir genauso machen wie vorhin. Ihr gebt ihr einfach Logo Design ein, Business Logo, Minimalist Logo, alles was zu eurer Kategorie passt. Schreibt euch einfach hier diese Keywords raus, wie zum Beispiel Mascot Logo Design, dann hier noch Logo Design Business, Logo Design Minimalist und so weiter und so fort. Die schreibt ihr euch einfach mal alle raus, am besten in ein Textdokument und dann könnt ihr ganz einfach versuchen, diese Keywords immer wieder in eure Beschreibung einzubauen. Ganz, ganz wichtig zu wissen, ihr dürft ein gewisses Wort nicht öfters verwenden. Das heißt, wenn ihr ein Wort viel zu oft verwendet in eurer Beschreibung, dann kommt euch ein Fehler raus und Fiverr sagt, ihr verwendet ein gewisses Wort viel zu oft in der Beschreibung. Bitte ändert das Ganze ab, dann müsst ihr dementsprechend schauen, dass ihr dieses Wort noch ein paar Mal aus der Beschreibung rausnehmt. In meinem Fall wäre das zum Beispiel mit dem Wort Logo problematisch. Deswegen muss ich da wirklich schauen, dass ich das Wort Logo nicht allzu häufig verwende. Also ihr könnt gerne mal das Logo so häufig verwenden, wie ihr nur möchtet. Aber wenn euch dann am Ende eine Fehlermeldung rauskommt, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr daran ändern müsst. Was würde ich in diesem Fall jetzt tun? Ganz einfach, ich würde schauen, dass ich wirklich zwei Keywords miteinander verbinde. Nur mal so als Beispiel, hier haben wir Business Logo Design und direkt darunter Heili Business Logo. Das heißt, ich nehme jetzt nicht beide Keywords und baue die ein, sondern ich baue einfach Heili Business Logo Design ein. Und somit habe ich diese beiden Keywords hier oben miteinander verbunden und nicht allzu oft das Wort Logo in meiner Beschreibung drinnen. Habt ihr diese kleine Keyword-Liste dann soweit geschrieben, könnt ihr wieder zurückgehen. Und den Aufbau würde ich euch jetzt hier folgendermaßen vorschlagen. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Ideen mit reinnehmen beziehungsweise bei anderen Gigs euch inspirieren lassen. Wenn ich jetzt einfach mal hier Business Logo eintrage und danach suche, kann ich doch einfach mal schauen, wie andere Leute ihre Beschreibung aufbauen. Da gehe ich doch einfach mal rein und schaue, was hat er denn hier reingenommen. Das sieht doch an sich schon recht gut aus. Und hier kann ich mir dann dementsprechend immer wieder so Kleinigkeiten rauspicken. Also ich könnte dann zum Beispiel auch so einen kleinen Abteil mit Y-Us machen. Also warum uns, warum unser Gig. Und darunter könnte ich dann meine eigenen Ideen reinschreiben. Also die Gründe so gesehen geben, warum man unbedingt mein Gig kaufen sollte. Und wenn ich das dann soweit getan habe, kann ich dann zu einem anderen Gig rüber gehen und einfach immer so die Sachen rauspicken, die mir ziemlich gut gefallen. Und so könnt ihr dann eine gute personalisierte Beschreibung aufbauen. Wichtig aber ist natürlich, dass ihr das Ganze nicht eins zu eins kopiert, weil da könnte es eventuell Ärger geben. Deswegen schaut euch das Ganze einfach nur an aus Inspirationsgründen und macht dann dementsprechend eure eigene Beschreibung daraus. Trotz dessen gebe ich euch doch gerade mal eine kleine Vorlage. Und zwar würde ich euch empfehlen, schreibt am Anfang erstmal eine kleine Produktbeschreibung, wo ihr auch wirklich ganz, ganz viele Keywords mit reinbringt. Weil gerade am Anfang der Beschreibung ist es sehr, sehr wichtig, die relevantesten Keywords mit einzubringen. Und umso weiter ihr nach unten geht bei der Beschreibung, umso weniger relevant werden dann dementsprechend diese Keywords. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich hier mit der Beschreibung den Leser zu catchen. Also ihr solltet da auf jeden Fall darauf achten, dass eure Beschreibung nicht zu langweilig und einseitig wird, sondern dass ihr zum Beispiel auch noch solche Magic Words mit einbaut oder euch allgemein fragt, was möchte der Kunde denn wirklich haben. Und dementsprechend das baut ihr dann hier in diese Beschreibung ein. Wenn ihr mehr zu diesen Magic Words oder zu wichtigen Fragen, mit denen man die Kunden auf jeden Fall abholen kann, erfahren möchtet, dann lasst doch liebend gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Fiverr Tutorials zu verpassen. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen, damit ich mit diesem Video deutlich, deutlich mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank schon mal im Voraus. Zurück zum Video, wenn ich dann eine Produktbeschreibung hinzugefügt habe, dann würde ich zum Beispiel weitermachen mit den Angeboten. Also ich könnte dann theoretisch doch mal meine Angebote aufzielen, also dieses Bronze, Silver und Gold Pack. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht unbedingt. Das wäre vielleicht einfach nur so eine kleine Idee, damit ihr da noch so ein paar Keywords mit einbauen könnt. Weil wenn wir gerade nochmal zurückschauen, dann habe ich da zum Beispiel PNG, JPEG drinnen. Das wären natürlich auch so Sachen, was auch sehr, sehr häufig gesucht werden. Dann als dritten Punkt Größe und Formate, damit die Leute ganz einfach wissen, in welchen Größen ist das Logo und welche Formate beinhaltet das. Ich meine gut, das könnte man jetzt hier mit den Formaten auch eventuell hier oben einbauen. Oder ihr baut das Ganze einfach hier unten ein. Also ihr merkt schon, im Großen und Ganzen müsst ihr euch ganz einfach fragen, was ist für die Kunden wirklich wichtig zu wissen. Und diese Sachen baut ihr dann ganz einfach mit in eure Beschreibung ein, damit die Kunden am Ende des Tages auch wirklich keine Fragen mehr haben und direkt euer Gig in Anspruch nehmen können. Zu guter Letzt würde ich auch noch ein bisschen über den Service schreiben. Also da könnt ihr sowas reinschreiben, wie zum Beispiel, dass sie eine schnelle Antwort bekommen, dass sie eine gute Qualität habt, dass ihr Berufserfahrung habt und so weiter und so fort. Also diese ganzen Versprechen, die die Kunden auf jeden Fall dazu regen, euren Gig zu bestellen. So und zum Abschluss würde ich auf jeden Fall hier folgenden Satz nochmal reinschreiben, dass die Leute euch kontaktieren sollen, bevor sie bestellen. Warum das Ganze? Ganz einfach, es kann immer wieder gut sein, dass ein Auftrag reinkommt, den ihr gar nicht bewältigen könnt. Und da ist es natürlich schlecht für euch, weil ihr das Angebot abbrechen müsst. Und wenn ihr ein Angebot abbrecht, dann sieht das Fiverr sehr, sehr schlecht. Und es kann gut sein, dass ihr ein gewisses Abzeichen verliert, wie zum Beispiel das Level 1 Seller Abzeichen. Das kann ganz gut passieren, wenn ihr unter diese 90% fallt. Und wenn ihr darunter fallt, dann nimmt euch Fiverr das Level 1 Batch wieder weg, solange ihr diese 90% wieder erreicht habt. Deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schreibt hier diesen Satz rein und nicht nur das, sondern highlightet diesen Satz hier oben einmal mit dieser Taschenlampe, damit dieser Satz auch wirklich sehr, sehr stark hervorsticht. Ich meine gut, theoretisch könnte man diesen Satz auch hier an den Anfang packen, aber das Problem ist halt wirklich, dass am Anfang wirklich SEO-relevante Begriffe auftauchen sollen. Und deswegen würde ich euch empfehlen, stellt das einfach an die letzte Stelle und markiert das nochmal hier mit dieser Taschenlampe. Allgemein auch noch eine wichtige Sache. Ihr sollt natürlich die Beschreibung so schreiben, dass es auch wirklich schön aussieht. Also nutzt wirklich hier diese Symbole hier oben, dass ihr hier zum Beispiel eine Aufzählung machen könnt. Entweder hier mit Zahlen oder hier mit Punkten, beziehungsweise dass sie Überschriften ein bisschen highlightet. Wie zum Beispiel habe ich jetzt hier deinen Service stehen. Da kann ich das markieren, auf dem B einmal ein bisschen dicker gestalten. Und jetzt kann ich hier ganz einfach eine kleine Aufzählung machen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier reinschreiben, dass ich schnell antworte. Ich könnte reinschreiben, dass ich gute Bildung habe, dass ich eine gute Qualität vermittle. Und diese ganzen Sachen kann ich markieren und dann dementsprechend hier entweder mit Zahlen aufzählen oder auch hier mit diesen Punkten. Je nachdem, wie euch das besser gefällt. Und so könnt ihr dann wirklich eine sehr, sehr gute Beschreibung aufbauen, die auch wirklich SEO relevant ist. Habt ihr das soweit getan, scrollt ihr ein bisschen weiter runter und hier gibt es dann ein kleines FAQ, was ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen würde. Also hier bitte alles ausfüllen, was nun geht und vor allem alles bieten, was ihr nur bieten könnt. Bei dem FAQ ist das Ganze so, dass ihr da einfach so die wichtigsten Fragen nochmal beantwortet. Da müsst ihr euch einfach mal ransetzen und überlegen, wenn ich persönlich jetzt ein Logo bei einem bestellen würde, welche Fragen würden mir da aufkommen? Wie zum Beispiel, hat das Logo einen transparenten Hintergrund? Dann gehe ich hier einmal auf Add FAQ drauf, schreibe ich hier dann die Frage natürlich auf Englisch rein. Also has the logo a transparent background? Fragezeichen. Und dann schreibt ihr hier die Antwort rein. Yes, the logo has a transparent background. Gut, ich könnte da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und zum Beispiel schreiben, dass wirklich jedes Paket das Ganze bietet mit einem transparenten Hintergrund. Aber ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Habt ihr das dann soweit gemacht? Geht ihr einmal auf Add? Und jetzt kann ich mir noch eine weitere wichtige Frage überlegen. Wie zum Beispiel, kann ich das Logo ausdrucken? Dann füge ich hier ein neues hinzu. Can I print the logo? Fragezeichen. Und in meinem Fall muss ich jetzt überlegen, in welchem Paket habe ich das Ganze nochmal angeboten, dass mein Logo dann auch dementsprechend druckbar ist. Da kann ich dann zum Beispiel als Antwort reinschreiben. The silver and gold package included a printable logo. Punkt. Somit ist die nächste Frage auch schon wieder geklärt. Und so gehe ich dann einfach mal hier durch, bis mir wirklich keine wichtigen Fragen mehr eingefallen sind. Und wenn ihr das dann soweit getan habt, geht ihr einmal hier auf Save and Continue. Und dann kommen wir auch schon zu der Seite Nummer 4. Die Seite Nummer 4 beinhaltet die Anforderungen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kunde eine Bestellung einreicht, dann kommen eben diese Fragen, die er hier jetzt reinstellt, raus. Und das sind wirklich so wichtige Fragen, die ihr als Logo-Designer wissen müsst. Bei einem Logo-Designer könnte das zum Beispiel folgendes sein, wenn ich jetzt hier einmal auf Add New Question einmal draufgehe, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel die Frage stellen, wie das Logo aussehen soll. Also, how should the logo look like? Und direkt darunter kann ich dann einmal Free Text auswählen, gehe dann einmal auf Add. Und somit habe ich jetzt hier die Frage hinzugefügt, die dann nach einer Bestellung gestellt wird. Dann gehe ich nochmal auf Add New Question, überlege mir, was ist jetzt noch wichtig? Vielleicht eventuell, welche Farben soll ich für das Logo verwenden? Und welche soll ich für das Logo nicht verwenden? Das wäre zum Beispiel auch ganz relevant. Das tragt ihr dann dementsprechend hier ein. Geht einmal wieder auf Add. Somit habt ihr das hinzugefügt. Und jetzt könnt ihr euch wieder überlegen, was ist noch wichtig? Zum Beispiel, welche Größe soll das Logo beinhalten? Das könnt ihr auch nochmal auf Englisch fragen. Und dementsprechend habt ihr das Ganze auch schon fertig eingerichtet. Gut, und wenn ihr das dann getan habt, geht ihr noch einmal auf Save and Continue. Und dann sind wir auch schon bei dem fünften Punkt namens Gallery. Und bei der Gallery, wie es der Name auch schon sagt, könnt ihr allgemein Thumbnails und Videos für euer Gig hochladen. Hierbei wieder ein ganz wichtiger Punkt. Und ladet wirklich alles hoch, was das Zeug hält. Das heißt, wenn euch hier zum Beispiel vorgegeben wird, ihr könnt bis zu drei Bilder hochladen, also bis zu drei Vorschaubilder, dann tut das bitte auch, weil dadurch wird euer Gig natürlich auch wieder ein bisschen mehr gepusht, umso mehr Vorschaubilder ihr habt. Hier rechts stehen auch nochmal die Anforderungen. Also hier wird empfohlen, 1280 auf 769 Pixel das Ganze hochzuladen und eine maximale Größe von 5 MB. Die Minimumgröße beträgt hier 712 auf 430. Ich in meinem Fall habe jetzt hier ganz, ganz andere Größen. Ich kann euch das gerade mal kurz zeigen. In den Eigenschaften habe ich jetzt so für mich rausgefunden, dass ich ganz einfach hier 4936 auf 3319 das Ganze reingestellt habe. Ihr müsst das natürlich nicht unbedingt so machen, aber ich so persönlich für mich habe das jetzt ganz einfach so rausgefunden und deswegen würde ich das Ganze jetzt einfach mal so hochladen. Aber ganz wichtig, bevor wir jetzt zu dem Hochladen kommen, bitte beschriftet euer Thumbnail auch richtig mit guten Keywords. Also bitte benennt das nicht irgendwie wie ich jetzt zum Beispiel einfach Fivergig oder Thumbnail oder wie auch immer, sondern packt da wirklich gute Schlagwörter rein. Wie zum Beispiel könnte ich jetzt einfach mal hier in meinem Beispiel Modern Minimalist Business Logo Design reinschreiben, Eingabe-Taste zum Bestätigen. Das andere Thumbnail packe ich dann wieder mit anderen Keywords voll, die ich dann natürlich auch wieder hier über diese Suche finden kann und somit bin ich dann auch schon deutlich, deutlich besser gerankt. Habt ihr das dann soweit getan, könnt ihr einmal hier euer Thumbnail hochladen, indem ihr auf Bros geht, wählt einmal hier das Thumbnail aus. In meinem Fall ist das jetzt hier, da gehe ich mit einem Doppelklick drauf, lade ich hier natürlich auch schon wie gesagt alle drei Bilder hoch. In meinem Fall lade ich für das Video jetzt einfach mal nur ein Bild hoch, weil ich jetzt natürlich kein richtiges Gig für einen Fiverr-Account erstelle. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter runter und hier haben wir jetzt das Video, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Also bitte nehmt auch hier wirklich ein Video auf, das ihr den Leuten auch zeigen könnt, weil durch dieses Video sieht das Ganze erstens Fiverr wieder positiv und pusht euch ein bisschen und zum Zweiten kaufen dann natürlich auch mehr Kunden, weil da natürlich eine ganz, ganz andere Bindung besteht und gewisse Emotionen rübergebracht werden. Deswegen ist es ein absolutes Muss, hier ein Video hochzuladen mit einer wirklich guten Qualität. Also schaut wirklich, dass ihr euch vielleicht einfach für das Video eine Kamera ausleitet. Dann müsst ihr euch nicht unbedingt eine Kamera kaufen und dementsprechend könnt ihr hier ein gutes Video erstellen, euch das Ganze wirklich professionell zusammenschneiden lassen, was ja natürlich auch mit Fiverr gehen würde, falls ihr euch das Ganze nicht professionell selber zusammenschneiden könnt. Und somit habt ihr dann am Ende des Tages deutlich, deutlich mehr Kunden. Genau und sonst kann man hier unten noch ein kleines Portfolio hinzufügen, ganz wichtig, wie es hier oben schon steht. Das Ganze muss im PDF-Dokument sein. Da kann ich dann ganz einfach meine Arbeiten nochmal in eine PDF-Datei zusammenfassen und diese dann dementsprechend hier hochladen. Würde ich euch in diesem Fall auf jeden Fall auch empfehlen. Das heißt, erstellt euch ein kleines Portfolio, packt das Ganze in eine PDF zusammen und ladet das Ganze einmal hier hoch. Eine Kleinigkeit, was ich jetzt fast vergessen hätte, was auf jeden Fall auch wichtig ist, hier oben Tags für das Bild festzulegen. Wenn wir gerade mal auf Add Tags to the Sample gehen, dann können wir jetzt hier einen Tag festlegen. Bei Logotype geht ihr einmal drauf und wählt hier dementsprechend eine Unterkategorie aus. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier eine Wortmarke auswählen und dann dementsprechend für diese Unterkategorie hier drei Tags hinzufügen. Das heißt, ich kann jetzt hier in der Fiverr-Suche auch wieder Research betreiben und dann dementsprechend hier diese Keywords mit einbauen. Aber natürlich sollte das Ganze auch hier mit dieser Unterkategorie übereinstimmen. Das heißt, ich würde jetzt hier Keywords nehmen, wie zum Beispiel Textlogo. Das können wir einfach einmal hier suchen und schauen, ob das Ganze sich auch wirklich lohnt. Textlogo, Textlogodesign. Gehen wir das Ganze mal ein und wir sehen, okay, das suchen schon ziemlich viele und Aufträge gibt es da auf jeden Fall auch en masse. Deswegen können wir das Wort Textlogo einmal hier mit einbringen und so mache ich dann weiter, bis ich hier drei Texts drinnen habe. Und das Gleiche natürlich auch für die anderen beiden Vorschaubilder. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das auf jeden Fall auch macht, weil umso mehr, umso besser wird natürlich auch euer Gig verkauft. Genau, habt ihr das dann hier soweit fertig, akzeptiert ihr das Ganze einmal, geht auf Save and Continue und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Ja, und wie ihr seht, geht das hier direkt weiter mit einem Steuerformular und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Falls ihr noch kein Gig erstellt habt, dann kommt euch diese Seite hier raus, wo ihr angeben müsst, seid ihr eine Person aus der USA oder nicht. Wie ihr herausfinden könnt, was auf euch zutrifft, könnt ihr entweder mit einem Steuerberater am besten klären oder ihr könnt das natürlich auch so machen, dass ihr euch selber informiert, wenn ihr jetzt wirklich nicht viel Geld für einen Steuerberater habt. Ist natürlich auch wieder auf eigene Gefahr, indem ihr einmal hier auf What is a US Person einmal draufklickt und somit wird euch erklärt, was genau damit gemeint ist. Und falls einer dieser Punkte auf euch zutreffen sollte, dann müsst ihr natürlich hier angeben, dass ihr eine Person aus der USA seid. Also hier dementsprechend Ja ankreuzen. Anders wiederum, wenn ihr eure Dienstleistungen außerhalb von der USA anbietet, dann kreuzt ihr einmal hier No an und geht dann einmal auf Save. Wie ihr seht, muss ich jetzt hier nicht das W9-Steuerformular ausfüllen und somit hat sich das Ganze erledigt. Zu dem Steuerformular gibt es auch wieder ganz, ganz viele Tutorials beziehungsweise Anleitungen im Internet. Also am besten da einfach mal schauen oder wie ich schon vorhin gesagt habe, um auf Nummer sicher zu gehen, am besten einfach einen Steuerberater suchen und das Ganze mit dem gemeinsam ausfüllen. Jetzt gehe ich hier einmal auf Close und kann dann hier auf Publish Gig draufgehen. Somit wurde mein Gig auch schon erfolgreich eingestellt und jetzt kann ich hergehen und hier dementsprechend über diesen Link ganz einfach meinen Gig zum Beispiel mit meinen Freunden teilen. Zum Ende des Videos nochmal einen kleinen Tipp für alle, die bis zum Ende wirklich dran geblieben sind und zwar würde ich euch empfehlen, gerade am Anfang wirklich diesen Gig euren Freunden zu schicken, damit die diesen Gig reinkaufen können und euch eine kleine Bewertung da lassen. Das hilft euch auf jeden Fall ungemein, um die ersten Verkäufe auf Fiverr zu generieren, weil das große Problem ist natürlich, wenn die Leute sehen, ihr habt keine Bewertungen auf den Gigs, dann sind die natürlich ziemlich misstrauisch, ob ihr eure Arbeit auch wirklich gut macht oder nicht. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass euer Gig dann dementsprechend etwas weiter oben in der Suche erscheint, umso mehr Verkäufe dieser generiert. Gut, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Lasst mich gerne mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen, ob ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte und in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!